Herzlich willkommen bei Volcolor, deinem Hersteller für Baumwoll und Bambusputze. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du zu deinen Traumwänden mit Baumwoll oder Bambusputz kommst. Du hast zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Du suchst dir einen Volcolor Premium Partner in deiner Nähe, der dir ein Rundum-Sorglos-Paket anbietet. Von der Beratung über die Planung bis hin zu deinen fertigen Wänden. Diesen findest du ganz einfach, indem du auf unserer Webseite www.volcolor.de gehst. Dann klickst du auf die Rubrik Händler Verarbeiter und dann auf Verarbeiter finden. Hier siehst du eine Karte mit all unseren Volcolor Premium Partnern. Mit Klick auf ein Fähnchen in deiner Nähe siehst du alle Kontaktdaten, die du benötigst. Alternativ füllst du das darunter stehende Kontaktformular aus. Wir senden dir dann einen möglichen Betrieb in deiner Nähe zu. Möglichkeit 2. Du möchtest den Baumwoll oder Bambusputz selbst in deinen Räumen verarbeiten? Dann findest du unter Händler finden garantiert den richtigen Händler für dich. Egal ob lokal oder online. Wir wünschen dir viel Spaß bei deinem Projekt. Solltest du noch Fragen haben, freue ich mich über deinen Anruf oder eine E-Mail.